Den Schlagerstars Florian Silbereisen und Beatrice Egli wird immer wieder eine heimliche Beziehung oder Liaison nachgesagt. Nun haben die beiden auf die Gerüchte reagiert, auf ihre ganz eigene Artikel. Schweiz, die Schlagersänger Florian Silbereisen, 42, und Beatrice Egli, 35, zeigen sich eng umschlungen auf Instagram. Läuft da was? Immer wieder gibt es Gerüchte um eine heimliche Beziehung zwischen den beiden. Auf Instagram postete die 35-Jährige am Mittwoch einen neuen Beitrag, der die beiden sehr vertraut zeigt. Die Auflösung? Der 2023 erschienene Song Das Wissen nur wir bekommt ein neues Musikvideo im Clubmix. Die Fans reagieren überwiegend positiv in den Kommentaren. Auf Instagram schrieb die ehemalige DSDS-Siegerin, es kaum erwarten zu können, und freut sich, endlich die großartigen News zu teilen. Schon an diesem Freitag um 17 Uhr erscheint das neue Video der Schlagerstars. Ob zwischen Florian und Beatrice wirklich Liebe ist, lassen die Schlagerstars offen.